Wusstest du Folgendes? Wenn es für dich ums Thema Bauchfett geht, kommt es nicht nur auf die Ernährung an. Leider glauben immer noch sehr viele, dass wenn ich an meiner Ernährung ein paar Stellschrauben drehe, ich es auf jeden Fall schaffe, in meinem Bauchfett loszuwerden. Tatsächlich ist es aber so, dass da noch ein paar mehr Faktoren dazukommen. Ich selber schütze es auf vier Säulen, die du in deinem Alltag beeinflussen kannst. Erstens, ganz klar, natürlich ohne Ernährung wird es nicht funktionieren. Der zweite Punkt ist für dich das Thema Bewegung. Wir sitzen mittlerweile viel zu viel und gerade Bewegung kann dir helfen, besser dein Bauchfett zu verlieren. Der dritte Punkt ist das Thema Stress. Viele unterschätzen tatsächlich, wie Stress negativ sich auf dein Bauchfett auslässt. Und zu guter Letzt natürlich noch das Thema Schlaf. Es ist unglaublich, wie viele Menschen schlecht schlafen und nicht damit das Bauchfett in Verbindung bringen. Und wenn du genau zu diesen vier Themen ein bisschen mehr Unterstützung brauchst, weil du dich überfordert fühlst und dir gefühlt jeder Coach hier online was anderes erzählt, darfst du super gerne unten Info in die Kommentare schreiben oder noch einfacher, du nutzt den Linktree im Profil und schickst mir direkt eine Nachricht. Und ich zeige dir die Tricks, mit denen meinen Kunden ihr Bauchfett verlieren können.